Gehen wir es an? Gehen wir es an? Gut. Wir befinden uns hier vor dem Justizministerium im Weghoferpark. Seit heute Morgen steht hier ein Trojaner. Das Haus hinter ihm ist der Stall, in dem er notdürftig und wenig fachmännisch oder auch leiblich zusammengezimmert wurde. Hier wird ein Gesetz gemacht, ohne sich um die technischen Voraussetzungen überhaupt gekümmert zu haben.